Hey Leute, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Digimon Story Cybersleep. Wir haben Restaurantkritiker gespielt, dann sind wir einem Case nachgegangen, wo irgendwie mit Lasern geschossen wurde. Es hat sich herausgestellt, dass das ein Tankmon war, das haben wir dann beseitigt. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Zack, der ist erledigt. Den Bank Expansion Drive haben wir bekommen. Den hatten wir in der letzten Folge gar nicht abgegeben. Ah, da geht es ja direkt weiter. Und jetzt geht es um, dass das große Wunderschöne an, nachdem ich es nicht gewonnen hat. Das ist ein großer Wunderschöne. Wir haben nicht den Vorstand gehalten, sondern wir haben die Karten nicht den Vorstand im Ausbau. Und dann haben wir die Karten nicht den Vorstand gekommen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. 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 Von Nokia. Urgent. At K-Cafe. What's up? Come see me. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Chapter 8, No Stopping the Gelgurts I don't have to care about that. That's how he gave him the help of his son. But I think I'd like to keep up with that body. I don't have to keep the body of it forever, but... Wenn du in der Karte anstattest, dann... ... was du mit dem Karte anstattest? ... oder... ... was du anstattest? ... ich würde sagen, dass ich mich einfach nur ansprich bin. Ich habe das schnell anspricht... ... und dann wird es... ... eine für dich... Das war's für heute. 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 Ja genau. Genau 3. pamię recipe on datos. Dann muss ich ganz kurz weg. Ah. Hatten. Ja. Passt doch. Auf 75 € hoch. ячt factor она. Nee, nicht базy. das angewurmt man geht leider nicht schade ja dann muss das player man hat noch warten ist egal die wichtigsten haben wir müssen die noch irgendwie wie geheilt werden oder so muss nicht die monge ist so oder besser so jetzt haben wir doch schon eine schöne troppe zusammengestellt wir gehen jetzt erstmal nach kowloon gehen wir davon aus level 4 oder so kann ja erstmal das kowloon erstmal auf level 1 gehen ob die hier irgendwo rum kreucht weil ich weiß es gerade nicht da steht sie aber ich bin auch gedacht ja ich weiß wir sind immer zu spät ja so let'sどういう意味 nee nogiya 何パって何 Oh, ich weiß nicht, dass ich das Böden schraubere. Ich bin ein Schmuck-Geräusch-Böden, das für mich der Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden. Ich weiß nicht, aber ich bin so gefährlich. Ich bin so gefährlich. Aber ich kann nur einen Eich-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden-Böden. Oh! Nü-Nü-Leunin! Ich bin so schlecht! Ich bin so glücklich! Ich habe mir nicht den Gelenkspektiven 접engen. Ich habe dich darüber gesprochen, vor allem etwas zu sprechen. Ich habe mich so recht, father-in-Böden-Böden-Böden-Böden, nicht mehr zu regenerieren. Genau! Ich weiß nicht, dass die Zaxons in den letzten Jahren die Zaxons verbunden sind. Ich weiß nicht, dass die anderen Team-Hackern sich in den Augen verletzt. Aber ich weiß nicht, dass ich nicht nur ein Verletzungs-Hackern verletzen kann. Was ist das? Das war's für heute. All right, I'm off to get some Tamers. Step on, raiding the Saxon and demon hideouts. The demons broke up, so they don't have anything better to do. I bet there are some freelance Tamers in the Saxon Forum too. Time to roll out. Okay. Ach, da müssen wir jetzt auch tatsächlich hin. Gut, dann machen wir das. Dann gehen wir da jetzt in die jeweiligen Foren und dann gucken wir, wer da so rumrennt. So, einmal ins Saxon Forum. Schon irgendwelche Ausrufezeichen? Ja, da hinten. Oh, eine Medaille. Trying to recruit hackers, huh? Sounded like what the demons were doing. No way. Don't lump me in with those jerks. This is completely different. I mean, for starters, that went like that because of that. And then what else could you do but this cheese? Get it? Not one bit. Ich auch nicht. Hey, you explain. You get paid. Our aims are different. Denke mal. Yeah, that's actually kind of cool. In that case, maybe I should be asking you, if you'll take me as an ally leader. No prop. See, since I gave you such a good explanation, it's pretty easy to understand. Nein. Nein, ist es nicht. Wieso sagt ihr nicht einfach, ja, wir wollen hier, äh, böse Typen platt machen. Das verstehen die auch mit Sicherheit. So, gehen wir ins Demons Forum. Jimmy Kenner will er platt gemacht. Er ist nicht mehr. I don't have any strong feelings either way about joining, but wonder what my buddy would think. Well, I think you and your friends should both join. Where are they? Uh, probably somewhere around here. Got it. I'm gonna go ask them then. Come on, Kuro. Hee hee. If this, if this all goes well, I get two members in one fell swoop. Yeah, I'll rock at this. Naja. Okay, buddy. I like the cut of your jib. What say you join us? A busy. We're gathering people from, to form a hacker group. Making a hacker group, huh? It's a big accomplishment. But rather, I assume you're just as accomplished. I see for myself, just how strong you are. Ja, und wir dürfen diesen Kampf, wir dürfen diesen Kampf bestreiten. Aber wir haben ja die passenden Digimon dabei. Und außerdem sind die fucking lame. Sag ich doch. Kein Kommentar. Hmm, so you're more than just talk. Okay, I'll take it long. Nice to meet you, leader. Same to you. Let's get even stronger together. And there's also another medallion. Hello, you. Yes, you. What are you doing? I'm setting a new hacker team. I just know you're interested, right? A new hacker team? Why? To become closer to Digimon, and to stop evil hackers. That's why I'm forming the Rebels. Huh? Sounds interesting. Fine, I'll help you. Really? Yes. And I count Ding plus one. This is the beginning of a beautiful friendship. Deputy Monumentali. Passed it to our forum. So. So. Attempting my group. So the blub, blub, blub. Oh, so my buddy joined your team. Then sure, I'll join too. I think that's enough members for now. I mean, look at us. We look like a proper team. Heck yeah. Operation Get members. Great success. We look like this. We look like a good team. We look like a good team. Where are we going? Where are we going? What? We're going to see. You've been so surprised. I thought you were going to see. You're going to see. You're going to see a monster. If... If she... If so. If she's fighting to fight. If she's going to be a bad hacker. Ich hoffe, dass er nicht zu lange erwartet hat. Ich hoffe, dass er nicht zufrieden ist. Und das ist... Ich hoffe, dass er nicht in diesem Aden mit einem Verletzten will. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, im Endeffekt will Yugo auch noch gutes. Ja, im Endeffekt will Yugo auch noch Gutes. Deswegen hat er uns auch gesagt, wir sollen Nokia beschützen, wenn die in Gefahr gerät. Ja, dann machen wir uns auf nach Shinjuku. Aber erst im nächsten Part. Dann ist es wieder soweit. Wir haben jetzt knapp die 30 Minuten. Und ja, dann dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder viele Sequenzen gehabt. Und einen ziemlich lächerlichen Kampf. Ja, der war eigentlich ziemlich unnötig. Aber egal, der war ja nicht schwer, der war ja schnell vorbei. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis dahin, ich mach's gut und ich mach's besser. Ciao.